Ready? Boah, ich hab voll das Tarn-Bot auf dieser Karte. Boah, die lässt sich gleich viel besser lenken. Boah, wie cool. Geiles Gefühl. Aber dafür bin ich auch langsam geworden. Die macht die Tricks schneller, kann das sein? Also so kommt mir das jetzt gerade vor hier. Nein, Tommy, fahr weg. Ah, der hat ein Tarnbrett. Der doof, Mann. Aha, der fährt also auf diesem Brett. Slash, was machst du hier mit Team? Boah, Mann. Leute. Hier braucht doch nur was zu sagen. Das bin ich auch erstmal sicher. Solange bis überhaupt irgendwer mal einen Angriff auf den Starten startet, das wär ja doch mal was. So, und ich hab jetzt die Bitch-Slapp-Hände. Nein! Fertig gegen den komischen Zaun. Nein! Nein, ich auch. Das gibt's ja gar nicht. Komm, hinterher. Geil! Snack, Bro! Oh nein. Ha! Ohne nicht, meine Freunde. Ich bin mit meinem getarnten Tarn-Board unterwegs. Ich bin mit meinem Bitch-Slapp-Hände-Tausch jetzt gegen Bomben. Weil davon hab ich dann mehr. Ich musste gerade wirklich der Quantität die Qualität weichen lassen. Sehr, sehr doof. Nein! Nicht in das Blumen. Fuck! Super will. Also voll gut, man kann gegen Seer- Ach, Seerosen. Das ist bei mir nicht in Ordnung. Gegen Sonnenblumen fahren. Komm, beide. 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 Nein. Ich hab keinen von denen. Du auch noch. Dankeschön. Also Bomben sind nur aus guter, aus guter Distanz eigentlich in Ordnung. Sonst kann man nie eine Pfeil brauchen. Was ist das denn da? So, das ist... Haha. So, das sah aus wie eine Abkürzung gerade. Und dann steht da so ein Stop-Schild. Na gut. Noch besser um die Kurven kann ich nicht kommen. Was macht ihr denn da, Leute? Ehrlich? Du kriegst die erste Bombe, Bro. Und Slash kriegt jetzt direkt die nächste. Ah, die wird sich eben nicht anheften. Die wird durchfliegen. Schiert. Dann ist er halt zuerst. So, mach runter die Schranke. Haha. Haha. Nee, sie kommt nicht klar. Und Lukas die zweite Bombe. Nimm sie. Was? Er nimmt die nicht. Das ist für ein undankbarer Vogel. Ich will ihm ein Geschenk machen. Komm zurück. Ich werde dir noch mehr Geschenke machen. Nein. War gut. Oh, yeah. Nein. Hör mal auf damit, Tommy, Mann. Da oben kann man, glaube ich, gar nicht lang. Also den Weg, den man gerade gesehen hat. Wenn das ein Weg war. Ja. Das sieht jedenfalls so aus, aber es ist, glaube ich, keiner. Weil da ist man noch nie mit irgendeinem Charakter hingekommen. Ich glaube nicht, dass das geht. Mann, fällen die Bomben auf den Arsch. Nein. Ich habe den Turbo. Oh, gut, dass ich ihn wenigstens normal kriege. Toll, jetzt habe ich Geist und Turbo. Ich glaube, dass das jetzt als ob nichts passiert wäre. Nur, dass der Geist länger hält. Ne, doch nicht. Die halten beide gleich lang ungefähr. Ah, das geht aber. Nein, Stein. Boah, und ich sehe ihn auch noch. Ne, nimm diesen Geist. Nimm ihn. Nimm ihn und werde damit glücklich, auf dass ich Tommy überholen möge. Fuck. Und mich alle überholen gerade. Ich bin viel zu langsam. Das geht mir voll auf die Keule gerade. Ich nehme nächstes Mal wieder mein All-Around-Board. Ja. Gut. So, jetzt muss ich unbedingt gucken, dass ich hier ganz schnell nach vorne komme. Das Gute ist, wenn ich jetzt diese blauen Blöcke nehme, sind das für mich wie Angriffsblöcke hier. Weil die kriege ich allerhand Sachen raus, die anderen Schaden zufügen oder mich ungemein nach vorne boosten können. Ja. Nicht wieder in diese Sonnenblumen. Fuck. Gut. Ja, das war so klar. Ich habe gerade noch dran gedacht. Und es hat mir nichts gebracht. Ja, tollen Geist. Serious. Okay, es ist eh erst die zweite Runde. Also noch ist nichts entschieden. Aber wenn ich mich weiter so anstelle wie bisher, dann habe ich verloren. Nein. Nehmt das. Ich habe so viele davon. Nehmt. Nein. 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 Kommen, du gehst mir gerade auch umgekehrt. Oh yeah. Okay, das hätten wir. Ja. Das muss jetzt nur in der letzten Runde besser werden. Der ist der geilste Typ, Mann. Ey Slash, wollt schon mal einen Bitch Slap bekommen? Scheint es doch keinem zu wollen. Aber habe ich mir jetzt so leichtsinnig verschossen. Hätte ich... Oh nein. Fahr, Linda. Fahr. Nancy, fahr Wondersend. Ich fahre jetzt mal hier lang. Was geht auf der Strecke hier? Ich glaube das eine ist eine Abkürzung und die hier nicht. Aber egal, das ist so schlimm. Ich fahre einfach und gucke, ob ich nicht vielleicht trotzdem irgendwo was gut machen kann an Zeit. Oh nein. Jetzt muss man hier gleich... Ich wollte gerade sagen, hier muss man jetzt gleich irgendwo springen. Nein. Und ich sehe es nicht. Toll, das kann nicht knicken. Die dürfen gleich meilenweit voraus sein. Nein. Nein. Und die macht wieder... Warum will ich immer Backclips machen? Das ist meine eigene Schuld, dass ich hier verliere. Und zwar hart. Ich bin von jedem so glücklich überholt worden. Ich will nur diese Platten kriegen. Nein, Stein. Boah. Okay, da vorne sehe ich schon mal einen. Der andere fährt da. Okay, die sind nicht so weit entfernt. Ich muss es trotzdem schaffen, die einzuholen. Bitte gib mir kein Tarnbrett. Dankeschön. Genau die Dinger, die retten mir jetzt gerade richtig derbe den Arsch. Ist das eingefroren? Perfekt. Perfekt. Lasse mich einfach vorfahren. Ich kenne den Weg. Die Eiskristalle hebe ich mir aber auch. Die sind weitaus besser als die Kackbomben. Wo ich immer Distanz für einen halten muss. Und ich habe keinen Bock den Gegnern hinterher noch weit hinterher zu fahren. Damit ich die Bomben reinhauen kann. Also das ist wirklich zu, sagen wir mal, riskant. Ah, hier kommen die Sonnenblumen. Auffassen. Nicht gegenfahren diesmal. Super. Oh mein Gott, das hat mich erschrocken. Das war bei mir eine Flasche. Weil der zu kalt war. Die hat sich einfach mal zusammen gezogen. Und jetzt macht die mega krachter. Oh mein Gott. Ich glaube das kennt jeder von euch. Und wenn nicht, holt euch Pfandflasch. Nein, ein Stein. Ich will kein Stein, ich will ein Tarnbrett. Die kommen doch gleich mit irgendwelchen Attacken. Und dann bin ich wieder down. Dass ich hier die Ecken jetzt so gut nehmen kann. Nein komm, es ist nicht mehr viel. Aber ich sehe, dass die mir alle am Arsch hängen. Nein. Boah. Boah, das war gut. Ich hoffe, das muss ich nicht nochmal machen. Weil das schaffe ich nie wieder. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin der Erste. Ja, lass dir applaudieren. Du bist die geilste, Linda, Mann. Und ich auch. Weil, ist so. Oh, Beste. Killer. Geschafft, geschafft. Boah, war das knapp, Mann. So, jetzt können wir uns das nächste All-Around-Board kaufen. Das hole ich mir auf jeden Fall. Weil das nehme ich für diese Strecke, die jetzt kommt. Boardjob. Steh auf. Du Shop-Händler. Shop... Ja, wie heißt der die überhaupt? Auf Englisch, weiß ich gar nicht. Ich sollte aufhören, nachzudenken. Das funktioniert sowieso nie. Ja, bitte gib mir das. Ich möchte das so machen, wie Tommy sein Board gerade hatte mit dieser coolen Batterie. Er hatte da so'n... Das hatte der. Das will ich auch haben. Oder nehme ich das? Nein, die sind alle so cool. Kann mich einfach nicht entscheiden, Mann. Nein, ich nehme das. Das habe ich mir jetzt auserkoren. Und tschüss. Battle Race. Again. So, jetzt haben wir es fast durch. Dizzy Land. Also fast durch mit den sechs Runden. So. All around. Ein bisschen das mit der Batterie oder was auch immer das darstellen soll. Ich fand das einfach nur komisch und gut. So, Dizzy Land. Das ist mit Abstand meine Lieblingskarte. Ich finde es nur schade, dass sie so spät kommt. So. 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 Man hat sie ja auch nicht, aber das wäre jetzt nicht so schlimm. Hier wäre das jetzt schlimmer, glaube ich. Mann, ich glaube, das hätte auch funktioniert. Ach egal, die soll einfach tun, was ich ihr sage, verdammt. So, das finde ich cool mit den Tassen. Ich muss jetzt mitten auf so einem Tassenkarussell rumfahren. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Naja, jedenfalls muss man da vorbeifahren. Das macht mega Bock. Ich komme hier rein in die Ablösung. Perfekt. Dann geht es mal auch viel schneller. Da kann man ordentlich Punkte gut machen. Nein, 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 nein. Fahr nicht so schief. Fahr anständig. So, hier darf ich noch nicht springen, weil ich hier springen muss. So, das ist ein Riesenfehler, den ich andauernd mache. Nein, nein, nein. Oh, ich konnte mein Board nicht einsetzen in der Luft. Fuck. Jetzt haben wir diesen Wasserpark. Fahr, 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 fahr. Oh, mein Gott. Menschenskinder, Linda macht nicht solche Sachen mit mir. Was habe ich denn hier für ein Glück, dass ich die ganze Zeit über die Schneemänner springe? Und der Eier hat nicht dagegen. Ich dachte, der Eier hat dagegen. Bis Slash kommt dauert es noch ein bisschen. Tommy ist auch noch ein bisschen entfernt. Darf ich jetzt meinen Spaß mit Jam haben, oder was? Ich möchte aber nicht. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte mein Brett behalten, auf jeden Fall. Oh, yeah. Nice. Ja, ja. Die Atmosphäre genießen ist das Stichwort. Jungs und Mädels. Die Musik ist auch ganz gut, übrigens. Ach, jo. Was kann man hier groß sagen? Außer, dass ich da nicht gegeneiern möchte. Also eigentlich nix. Eigentlich nix. Versuche ich die Abkürzung wieder zu kriegen. Eigentlich ist sie gar nicht so schwer zu nehmen. Ich habe das mal voll schwer in Erinnerung, in diese Abkürzung reinzufangen. Ich glaube, das liegt immer daran, weil ich nicht immer mit diesen ausgeglichenen Charaktern gefahren bin, sondern meistens mit denen die Top Speed hatten und dann kommst du da voll schlecht rein. Vor allem, wenn du an der Rampe da vorne noch einen Trick machst, dann kommst du richtig schwer rein. So, nicht springen. Springen. Yay, super funktioniert. So, nimmst du mit? So ein Trick hier. Boah, perfekt. Nein, 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 nein. War gut, war gut. Sollten wir öfter machen. Genau so. So, Jem braucht noch ein bisschen, der Rest auch. Also habe ich wieder einen netten Vorsprung. Schieße jetzt mal eine Bombe dahin. Sehr effizient, um das Zeug loszuwerden. So, ein bisschen Vorsprung haben wir uns ergaunern können. Gucken, ob das so bleibt oder ob mir jetzt noch irgendwas Peinliches passiert. Okay, ja, ein bisschen Vorsprung haben wir. Nein, ich sollte gerade losspringen. Nice. Was ist das? Was ist das? Außerdem ist diese Knutschkugel da oben voll süß. Habt ihr die gerade gesehen? Oh mein Gott, die Volt fragt ruhig. Aber jetzt macht die wieder einen Backflip, ne? Ja, ja, Mademoiselle. Das ist mir auch eine komische Truge, so bist du mir auch. Oh wow 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 wow. Ne, ich hatte scheinbar wirklich immer nur die falschen Charakter genommen. Aber das ist nämlich überhaupt nicht schwer, da reinzukommen. Naja, das soll mich nicht stören. Das ist jetzt ganz gut geschafft. Und was ist mit Jem? Wie konnte Jem jetzt wieder so schnell sein? Ich hab die Abkürzung genommen. Nein, der darf mich nicht überholen. Ich will nicht, dass er mich überholt. Leute, bleibt hinter mir. Ich meine, auch wenn ich die Karte cool finde, aber zweimal fahren möchte ich sie trotzdem nicht. Nein, 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 das schaffst du. Nein. Ah, fuck, genau, das sollte nicht passieren. Ah, scheert. Stunt versaut. Jetzt fahre ich Safety First ins Ziel, ist mir egal. Yay, Ausmaul gelegt. Ich bin Erster. Yay. Boah, 6000 für den ersten Rang. Killer. Of course. You get the Copper Pass. Copper? Ach ja, ja, das wisst ihr ja gar nicht. Das hab ich ja gar nicht erzählt. Im Kofferpass gekriegt, ne? Jungs und Mädels. Und zwar brauchen wir den für folgende Situation. Es gibt hier mehr Strecken als sechs. Badum. Wir haben jetzt hier die siebte. Strecke. Das ist Quicksand Valley. Und das mag ich gar nicht, weil die hat eine Schwierigkeit von vier. Und genau für diese Strecke habe ich mir die Freestyle Boards gekauft. Beziehungsweise das eine Freestyle Board. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Aber ich glaube nicht. So. Aber ich werde es, wie gesagt, erst mit dem All-Around-Board fahren. Damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt muss ich eben kurz nachgucken. Hä? Ähm. Lasst euch davon jetzt nicht verwirren. Ich wusste gerade selbst nicht, was ich wollte. Ich werde mit dem All-Around-Board fahren. Ja. Freestyle kommt, wenn ich das versemmeln sollte. Und das werde ich höchstwahrscheinlich versemmeln. Aber sicher will ich mir nicht. Also es kann auch sein, dass ich es schaffe im First-Try. So mit Lackbolzen und so. Naja gut. Wollen wir es ausprobieren. Okay.